Jo Leute, willkommen zu einem weiteren kurzen neuen Shop Video, wo wir schauen heute gemeinsam wieder mal, was in den Shop reinkommen wird und deswegen gehen wir auf den Shop drauf und wir sehen schon circa in 20 Sekunden ist der Shop da. Mal schauen, was heute reinkommt. 3, 2, 1 und ok, ich sehe direkt eine neue Lackierung, aber ganz links gibt es nochmal die rote Ritterin zurück, da fangen wir direkt damit an, denn das ist wirklich ein sehr nicer Skin aus der Season 1, der habe ich mir auf jeden Fall auch glaube ich in der Season 4 oder so geholt, ist auf jeden Fall sehr sehr nice und hier auch das Rückenteil, das Schild gefällt mir mega. Also diesen Skin kann ich nur jedem so empfehlen, genauso wie die Hacke, Karmazinhacke, kann ich ebenfalls nur empfehlen. Die beiden Sachen gibt es heute nochmal zurück nach einem Monat. Daneben gibt es noch ein weiteres Set und so das Set einmal mit dem Spielzeug Trooper Skin, der hat auch mehrere Stile, einmal grün, einmal grau und einmal rot. Ist okay der Skin und für den Preis macht man dann denke ich mal nichts falsch. Den gibt es auch noch in männlich und zwar als Plastikpatrouille, auch ebenfalls in den drei Stilen. Dann gibt es dazu noch ein Paket mit drei Lackierungen. Auch die gibt es dann hier in diesen drei Farben, einmal grün, einmal grau und einmal rot. Ja, ich finde für den Preis kann man das auf jeden Fall machen. Und an letzter Stelle gibt es ein weiteres Set und so das Set mit diesem riesigen, großer Schlucko Skin. Ja, wie ich finde ein Skin, der ziemlich auffällt. Auch der ist heute nochmal zurück nach 48 Tagen. Hier, das ist das Rückenteil, dieses Slurp-Rückenteil ist okay. Dazu gibt es einmal hier Doppelzapfer. Ja, und dann gibt es hier noch Schlürf die Lackierung. Alles zurück nach 48 Tagen. Ich finde das Zeug geht klar, aber das Skin ist halt schon ein bisschen riesig. Das sind auch schon die gesamten vorgestellten Gegenstände hier und auf jeden Fall können die gerne mal ganz kurz rechts unten hier auf den Stütz 1-Quader klicken und hier den Code D-Toyn geben. Würde mich riesig freuen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir schon direkt zu den täglichen Gegenständen. Hier ist ganz vorne einmal die Facette. Und auch ein sehr cooles Skimpy. Ich finde aus, dass diesen 10 ist heute mal zurück nach 40 Tagen. Kann man machen. Zurückenteil sieht das nicht so sonderlich krass aus, aber der Skin an sich sieht wirklich nice aus. Daneben gibt es einmal die Bracer. Auch die ist nochmal zurück. Ist zurück nach 29 Tagen. Ist auf jeden Fall auch ganz okay. Relativ günstig. Macht man auch nicht viel falsch mit. Dann gibt es hier nochmal das Fackelwürmende Mode. Ja, der zeigt dir, was er drauf hat mit dem Feuer. Zurück nach 54 Tagen. Dann gibt es hier die neue Lackierung und zwar gebrochenes Eis. Wie man schon sieht, die ist reaktiv. Das heißt, beim Schießen verändert die Sicht. Die wird immer so ein Stück heller. Und dann geht es wieder weg. Okay. Aber ist ehrlich gesagt sogar ganz nice. Ich zeige euch noch die anderen Modelle hier. Ich muss sagen, das sieht wirklich nice aus. Beim Schießen, dass sich das Ganze verändert, finde ich immer eine coole Sache. Ja, coole neue Lackierung. Dann gibt es daneben einmal Endlosrad. Ja, der dreht sich einfach endlos. Muss man, denke ich mal, auch nicht viel zu sagen. Ist zurück nach 34 Tagen. Und an letzter Stelle gibt es nochmal Schattentraining. Zurück nach 35 Tagen. Ja, der macht hier einfach so ein bisschen Schattenboxen. Ist doch ganz nice. Und das war es ja eigentlich auch schon mit dem Shop. Und das war es ja eigentlich auch schon mit dem Shop.